So, mein Bärchen macht da hinten schon zu Ende. Naja, wir haben jetzt zumindest ein paar Sympathisanten, die hier rumlatschen. Genau, jetzt müsstest du einmal auf die andere Seite wieder von der Höhle, auf den Aussichtspunkt, den wir noch nicht von draußen hatten. Dann folge ich dir einfach. Du läufst vor. Schute Frage, ja. Die kleinen Schüssel lassen wir einfach mal hinten liegen. Autsch. Aha, ich bin schneller als du. Warum auch immer. Ich hab keinen Speed drinnen. Hier bräuchte ich jetzt so einen Wagenkarre. Um hier mal Achterbahn zu fahren. Ich bin eben gerade durch so ein Loch gefallen. Oh ja. Was hab ich jetzt wieder eingesammelt? Ich sollte nicht ständig den ganzen Dreck... Hast du den Punkt schon? Moment, da ist noch ein... Warte... Nein. Gut, dann gehen wir dann. Den seh ich nämlich jetzt auch gerade erst. Hm, wahrscheinlich muss ich dafür hoch. Oh, der war schon fast tot. Oh, der war schon fast tot. Und hier ist eine Schauflerkanone. Ja. Wir kriegen, glaube ich, diesen Untergrund hier noch befreit. Ja. Wenn's so weiter geht, ist ja nicht mehr viel. So, da Fähigkeiten... äh... Fertigkeitspunkte zu den Dailies gehören... ...dürfen wir ein bisschen was, um da was zuzukriegen. So. Und jetzt. So, wenn wir jetzt da wieder hochgehen, kommen wir Richtung Ausgang. Okay. Es läuft was hinter dir lang. Hm. Ja. Und wie gesagt, das sind halt solche Karten. Da wär's einfach schön, wenn man die sich ständig anschauen könnte. Aber es geht anscheinend nicht. Auch nicht jetzt mit Tyria-Untergrund, glaube ich. Nö. Das gehört nämlich irgendwie zur Oberfläche. Guck mal, jetzt sind wir wieder beim Ausgang. Sogar von der anderen Seite. Ah. Setzt der Bombardierung durch die Schrautleinende. Okay. Oh, hier schneid's in der Lüge. Und hier drin schneid's schon wieder. Ja. Ähm, ja. Bisschen früh. So viel Energie. Oh, jetzt kommen die von innen hier an hier. Aus dem Rücken. Ach, kein Problem. Wobei da jetzt schon die nächsten ankommen. Ach, da ist ein Mörser. Okay. Okay. Das sind aber auch nur drei Stück. Ja, das Sperrfeuer hätte ich mir jetzt schenken können. Okay. Okay. Ehm, wo ist der letzte.. Mörser, Mörser Ah, da Oh ja, das sind jetzt ja ein paar Dann So, jetzt könnt ihr euch erstmal nicht bewegen Und Sperrfeuer, das sieht doch ordentlich aus Wo kommen die jetzt her? Da kommt sogar noch mehr Und ja, Fertigkeitspunkte Akkumulator ist anscheinend voll Sammler und Events gehört auch mit dazu Wunderbar Lohnt sich doch nochmal Tatsächlich Events zu machen Ja, anscheinend, ich sehe hier tägliche Events Haben wir 60% Ah, da ist Aussichtsplattform Und ein Zwergengrab Da muss ich Inschrift lesen Hier liegt Vorrag Stronghammer Erhält der Detrimor Getötet bei der Verteidigung von Crocs Niedergang gegen Steingipfel Eindringler Genau untersuchen Die Runden fanden sich in zahlreichen Büchern der Abtei Sie konnten vom edlen, starken und tapferen Charakter der Zwergs Auch von seiner Familie ist ihre Rede Was zeigt, wie geliebt er war Und auch Spuckt auf diesen Steingipfel, wenn ihr Freunde oder Delta immer ihr seid Spucken Ihren Augenschein nehmen Naja, anscheinend nichts Neues So, ja Alte Zwergsiedlung Ja, weil Ist das Signalposten? Ne, da sind wir viel zu weit Ne, das glaube ich auch nicht Ach, wie hießen denn? Ich habe die Orte gar nicht mehr so im Kopf Tja Was war eigentlich noch mal mit dem Zwergen passiert? Ich glaube, Zeitan war an denen schuld, dass die nicht mehr da sind, oder? Ne, 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 ne Das würde bestimmt auch mal erwähnen, was mit den Zwergen Ja, ganz kurz war das mal Am Anfang, recht am Anfang meine ich, der Story war das Ja, ja, ja Habe es aber natürlich auch wieder vergessen So, schauen wir mal kurz auf der Karte Ich kann mal deine Videos angucken Ja Siehste, das hat einen Vorteil, dass ich alles aufnehme Ja Denn noch ein paar mehr Let's Plays und dann kann ich irgendwann, äh Als Geschichtslehrer Für Kildos 2 Genau, und ich habe Kildos 2 auch die ganzen anderen Spiele Und Da werde ich Geschichtslehrer in diesen, äh Es gibt auch so 2-3 Unis, die Game Design als Studiengang anbieten Genau, das mache ich So, Transportpanzer sind noch welche übrig Moment, wo ist das Ding? Viel zu weit südlich Ja, ne, das ist zu weit weg Also, im Moment zumindest für uns Und da war ja noch dieser Aussichtspunkt Wir sollten uns also rechts halten Genau Äh, Sehenswürdigkeit meine ich So, dann laufen wir jetzt wieder Mein Gang Vielleicht schon wieder Schon wieder Aber erstmal ist da hinten ein Betrieb, Erz Ich bin nicht so langsam Wie gar nicht Also das habe ich schon abgebrochen Und nochmal eine Aussichtsplattform ist da oben Ja, das ist da oben Okay, dann Hm Aber erstmal war hier doch irgendwo eine Sehenswürdigkeit Moment, da müssen wir wieder rein, oder? Nee, die ist da oben Okay Draußen Okay Äh, während wir hier latschen Werde ich natürlich mal wieder Wiederverwerten Genau Wow So, eigentlich alles Müll Super, ich habe jetzt ein normales Eisenschwert-Skin Geil Wollte ich schon immer haben Geh Weg Ja, das werden die Leute Könnte ja wohl hinkriegen hier Diese paar Svanier Da hinten was zu verteidigen Zumindest sind hier genügend Events Achso, kommst mit Okay, alles klar Ich glaube, das hier ist auch einer der Gebiete, wo Es jetzt keinen Überlauf mehr gibt Wenn ich mich nicht irre Das wird auch erklären, warum es Äh, dann doch ein paar Events hier gibt Das ist ja auch immer so ein bisschen abhängig von Äh, der Anzahl der Spieler In der Gegend Ja Ja Da ist dann auch die Frage, wie Kommt das Ding da hin Und warum Flügel Und Äh, ja So, und jetzt ist Hier ja noch diese Sehenswürdigkeit Ups, nein, keine Marke Diese Sehenswürdigkeit An der sind wir Mehr oder weniger dran vorbeigelaufen Sei aus, als wenn sie drin ist Aber irgendwie Hatten wir sie nicht Hm Okay, dann müssen wir noch mal kurz rein Ja, kein Ding Kein Ding, machen wir Ups, au, 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 au Au Au, au 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 So, dann versuchen wir da jetzt mal gerade durchzulaufen Ist hier nicht mit so vielen Außer wenn wir hier ne Invasion aufhalten können Dö, dö, dö Ach, dich brauche ich nicht wiederbeleben Ach, da hinten bei dem Herz Das war noch gar nicht komplett ausgefüllt Gut, umso besser Oh, dann Flaggen Deswegen habe ich hier auch noch die Deswegen muss ich die Leute auch noch wiederbeleben Okay Dann mache ich das Du sollst nicht erschlagen, während ich ihn wiederbelebe Okay Okay, hier haben wir einen Veteran Den nimm er mit No So Der ist gleich nicht mehr allzu sehr Veteran Okay Ähm Jo, die Marke müssten wir einnehmen Das könnte man eigentlich Machen Hier links Einfach nur damit das Herz mal Voll wird Ah, das Der Bärchen Hilft uns auch mit Kriege ich euch beide? Ja Na, komm Geht doch So Okay So So, noch nicht ganz Aber gleich da Den einen Kerl noch wiederbeleben Dann sollten wir es Was das angeht, so ziemlich haben So, die Marke ist unsere Das finde ich sehr praktisch Dass es dafür Nicht Mehr Post gibt Für solche Geschichten Sondern unten Eine kleine Kiste Und gut ist Da möchte ich nicht reinspringen Ich sag doch Kloake So Irgendwie rechts halten, ne Richtig Ja Es ist hier mehr oder weniger in der Wand Das ist ja das seltsame daran Aber da oben Da waren wir schon, ne Oder nicht Wir sind hier dran vorbeigelaufen Aber es war nicht So, hier Diese Sehenswürdigkeit Die quasi hinter dieser Wand Sich befindet Na gut, sie ist unter uns Ah, sie ist unter uns Das wird ja angezeigt Mit einem Pfeil Dann kann ich dich noch Befreien Dann Schwimmen wir mal Schwimmen Ich möchte hier dran nicht schwimmen Nein, nein Nee Hast du ja jetzt so einen guten Mundschutz Ja Maske Komm Tiefenskorpion Was haben wir? Schmiedegruben Macht jetzt auch schon fast mehr Sinn Und da unten ist auch ein Mitrielerz Reichhaltige Mitrielader Ach ja Und Schaufler Taufraanzug Dann machen wir doch mal etwas Die wehren sich anscheinend noch nicht mal Auch jetzt Oh ja Aber der Taucher nicht, ne? Nö Irgendwie bauen die nur ab Oder er kämpft halt die ganze Zeit mit meinem Äh, Fischchen Oh, kein Sammlerwerkzeug Ich hoffe, ich habe Äh Ausrüstung Wo ist meine Ausrüstung? Ah, da Äh Ja Ich habe noch eine Spitzhacke Oh Das wäre jetzt Ah So Sammler tatsächlich schon fertig Jetzt bräuchte es eigentlich nur noch Events Das Rest wäre Eroberung Achso Die Marke hast du, ne? Marke? Ja Ja Ja, ja Die habe ich So Holen wir uns das andere Mithril jetzt auch noch Wenn wir schon hier sind Natürlich Wenn wir schon mal hier sind, ne? Und wenn hier schon Gegner sind, die sich nicht wehren Ja Ich finde das interessant Immungebung blenden Natürlich Schaufler sind blind Die kann nicht schlecht blenden Lerne dich und spuck dich an, ne? Achso, war ja nur ein kleiner Ja Und jetzt wieder hier hoch Lassen wir uns hochspülen Okay So, nächster Weg Hm Ja gut, im Süden ist auch noch etwas Wobei, wobei hier Bei mir jetzt hier noch ein Herz Ja Und da, genau Genau Da ist noch tatsächlich eine Sehenswürdigkeit Ich habe das Herz Das ist abgeschlossen Okay Ja Ich glaube, das war der Anzug Aber Moment, ich will da mal eine Marke hinsetzen Damit ich das So, Wegmarke wird mir angezeigt? Ja Ja Ich weiß nicht, ob dir die auch angezeigt wird Ja, ja Fährt Okay Dann ist das ja gar keine persönliche Wegmarke Nee, aber in deine Gruppe In deine persönliche Gruppe Ah ja So, das war hier aber auch noch drin So hoch, genau Ah, das ist ja andere Seite Da sind wir, glaube ich, gar nicht lang gegangen Dann ging ja noch dieser Tunnel mal nicht weiter Hier links Ja, ihr lasst mich einfach in Ruhe Schnell noch Zack Irgendwie hören die nicht Was ist Ah, du hast Zucker Ah, ja Oder Regenwürmer Nein, Regenwürmer Vor allem, ja Stimmt Für den haben wir die Aufgabe erledigt Ohne überhaupt mal hier gewesen zu sein So, was hat der Kerl denn? Hat er irgendwas Tolles, Interessantes? Nicht so Wirklich Toll sind die Gegenstände nicht Aber ich kann ja bestimmt Müll verkaufen Noch ein bisschen Reicht für die nächste Reise Reparieren brauche ich auch nicht Hier hinten Jetzt aber noch zu einer kleinen Kobalthütte Oder Frostfliedermäuse Da würde ich gerade nur schauen, ob es da vielleicht noch irgendwie weiter geht Boah, erstmal Glück Futtern Zack Aber sonst ist hier nichts Was ist es aber auch nicht so Und jetzt Da ist es